Ja, ich finde die Formula One in the School sehr, sehr gut, habe das für mich auch immer unterstützt. Ich kann auch nur raten, dran zu bleiben, Gas zu geben, spät zu bremsen und nicht aus der Kurve zu fliegen. Es lohnt sich, sich dafür einzusetzen. Ich habe die tollsten Dinge in meinem Leben durch die Formula 1, durch die Challenge, durch das immer wieder Aufstehen gelernt. Und ich denke, wenn Sie alle da voll motiviert dran sind, dann erwartet Sie eine große Zukunft, wenn Sie die Branche arbeiten können.